Hi Freunde! Heute zeige ich euch, wie ihr in .liquid komplexen Code einrücken könnt, damit er besser lesbar wird. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel aus einem anderen Video genommen. Ihr seht, das ist alles untereinander geschrieben, alles linksbündig. Man erkennt also kaum, wo man hier innerhalb der Schleife oder innerhalb einer If-Abfrage ist. Wenn ich auf Vorschau gehe, kommt hier die 2 raus, schön oben links und so soll es auch bleiben. Was wir aber jetzt machen möchten eigentlich, wir wollen das hier einrücken, das heißt innerhalb der Vorschleife wollen wir es einrücken und innerhalb der If-Bedingung, damit ich mal schön sehe, okay, das hier gehört zusammen, hier wird die Positionsliste durchlaufen, das ist meine Bedingung und innerhalb der Bedingung passiert eben das hier. Allerdings, wenn ich jetzt auf Vorschau gehe, dann ist die 2 ziemlich weit hinten und das dürfte beim Export Probleme geben. Dazu haben wir jetzt ab der Version 1.5.28 einen kleinen Trick eingebaut und zwar, ihr kennt es hier hinten schon, wenn ihr hier ein Minus hinschreibt, dann wird dieser Zeilenbruch hier in die nächste Zeile, der wird rausgerechnet und das Ganze funktioniert jetzt auch hier vorne. Ich mache jetzt also hier überall mal ein Minus hinter das Prozentzeichen und schon habe ich keinen Zeilenbruch mehr und kann meinen Code trotzdem schön einrücken. Ich hoffe, das Feature hilft euch weiter und wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.